Oh, Krausi, Krausi. Da kommt noch ne Leiter hin, wie geht alles noch? Eins geht noch. Ja, ich hab gegessen, alles gut. Sandsteinfundament. Sandsteinfundament. Ach, ich müsste hier mal ähm... Hab ich noch Kohle, oder hab ich die jetzt alt verbraten, die Kohle? Ja, ey, was ist los hier? Bin hier Fleiß ja am Bauen. Na, ich muss doch irgendwie meine Treppe verbauen. Und außerdem, was ist mit meinem Haus? Das sieht hübsch aus. So, dann machen wir den Kollegen noch das Messer fertig. Oder das Schwert fertig. Oh, soll mich mal abkühlen, die Haare machen? Nein, mein' tauchen. Die haben alles denselben Wert hier, ne? Kieferrücken, Schlüpflingpanzer. Okay. Ah, Feuerkelch brauche ich dafür. Okay. Da müssen wir Step-by-Step machen. Das gefällt mir sowieso noch nicht, das Gebäude hier. Da müssen die schöne Wände ran, aber dann muss ich erstmal Level 30, glaube ich, sein. Level 30, ich bin jetzt 26. Dann kommen die schönen Fundamente. Ah, der Alchimitisch. Ja, den hab ich noch nicht gebaut, das stimmt. Den hab ich noch nicht gebaut. Muss ich das alles austauschen? Ai, 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 ai. Aber ich seh nicht, was ich hier für Material brauche. Sehr wahrscheinlich Material, was ich da noch gar nicht habe. Naja, schauen wir mal. Der ist ein bisschen dunkler hier vom Gebäude her, ne? Ah, schauen wir mal. Werden wir, werden wir noch gucken. Die Götter verehren. Eine Kugel werfen. Ach ja. Kann so vieles. Götter verehren, Kugel werfen. Wählen wir dann ein Eisen. Ne, ich hab da noch Eisen drin. Passt doch dann. Ich brauche noch 5 Eisen. Machen wir den Kollegen noch eins fertig. Ja. Den Kollegen noch eins fertig. Ich sag doch schon gar nichts mehr. Bau du mal. Du bist so unmöglich. Naja, vielleicht habe ich in der Vergangenheit zu viel House Flipper gespielt. Ja, na ja. Man weiß nicht. Kann ich ja immer noch verändern. Vielleicht werde ich nachher probieren. Naja, du wirst sowieso so oft umbauen. Was meinst du denn? Versuche nur irgendwie meine Räumlichkeit gut zu nutzen. Aha. Ja. Leder und Teer. Mhm. Ja, genau. Wie gesagt, ich werde das ja auch noch abändern. Boah. Ist das schon mal 13 Uhr. Was los. Ja, das geht hier schnell. Riech sitzt beim Sklavenhaus. Der dritt immer noch am Rad. Das ist sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen was. Hat aber was zu tun. Ne, da oben soll eigentlich mein Dach hin. Wo soll ein Dach hin? Na, wenn ich die Decke fertig habe, kommt da das Dach dann rauf. Und dann habe ich ja meine... Meine Luke nur von innen und nicht von außen. Komm, ich will dich mal in den Arsch treten. Guck mal her. Du bleib doch mal stehen. Guck mal, ich kann mich so wegholen, du hässliches Kleines. Oh, Reise abgeschlossen, getreten. Ja. Ach, ich muss die Götter noch verehren. Ich muss eigentlich noch den... ...den Schrein bauen. Ah. Okay, der braucht ja gar nicht so viel. Der braucht 360 an Stein. 160 Holz. Oh, komm. Dann waren wir den genau dahinter, glaube ich. Passt ja optisch gesehen ganz gut, glaube ich. Passt ja optisch gesehen ganz gut, glaube ich. Eigentlich müsste sie schlafen. Wann musst du morgen aufstehen? Das ist geil. Wie viel, du musst denn raus? Oh. 6 Uhr? Nö. Okay. Hast du Eisen drüben, Krause? Äh, noch ein bisschen im Dings. Musst du was reparieren, oder was? Ja, meine Spitze abholen. Ja. Da ist noch ein bisschen drinnen. Nicht viel. Reicht aber erstmal für... ...n bisschen was arbeiten. Ich geh gleich noch Eisen holen. Oh! No, 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 no. Wer lange wartet denn, Herr Krause heute? Weiß ich nicht. Ich habe ja keine Termine von da aus, alles gut. Ei, Eisenbahn. Ach Gott. Dafür ist ja nischt. So. Äh, Pflanzenfasern. Hatte ich die da drin oder wo hatte ich die? Ach, da ist ja so gut wie nichts mehr drin. Hier noch irgendwo Pflanzenfasern. Ne. Oh, ich... Nimm mir deine Überreste an Bauelemente, die du nicht brauchst, ha? Mh, warte mal. Äh, kipp mal und dann... Die brauche ich noch. Das brauche ich noch. Das brauche ich. Das. 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 Was jetzt noch in der Truhe ist, kannst du dir theoretisch nehmen. Oh, mal sehen. Weil ich werde noch mehr brauchen kann von... Ja. Und dann hast du so viele Rampen gebaut. Die Rampe braucht... Ach so. Sandsteintown, ja okay. Die Ecken habe ich selber. Eine Fackel. 50 braucht... Glaub ich, ne? Ach so, ich wollte den Altar bauen jetzt. Ne, 20. Ach so, mir fehlt eigentlich... Nur noch ein bisschen Stein. Okay. Talas du auf den Boni geschmissen? Hm? Das Talas auf den Boni geschmissen. Oh, sollte eigentlich nicht sein. Wo soll der hin? Einfach in die Truhe wieder. Das ist ja ein schönes Bett. Ja. Das ist ja ein Doppelbett. Das muss, das muss, ne? Ne, ne, Bett schlafen. Oh, Fortschritt abgeschlossen. Bauenpunkt aktualisiert, okay. Ach, echt jetzt? Ein Stein fehlt mir? Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt für ein Stein hier? Sandsteinzaun. So. Was hast du denn Sandsteinfundament gebraucht? Für den Boden? Diesen. Hast du auch, Herr Kollege? Kleinen Blöcke? Aber es wird ja später schöner. Das wird ja alles noch Luxus, äh, ne? Sandsteinzaunfundament. Ach, du kannst doch ein Fundament unter diesen und dann diesen Sandsteinzaun legen. Und das hast du auch gemacht? Das hatte ich noch nicht gemacht, aber... Probier mal aus. Ja, das kann so setzen, ne? Theoretisch sind ja diese Spieldaten auf deinem PC gespeichert, ne? Theoretisch sind ja... Theoretisch sind ja... Au, ich bete die Götter ein... an. Ich habe die Götter verehrt. Hat die Achs acht. Eisbrecherpfeile. Eisscherben. Rezept Eis. So, ich zeig mein Dach dicht, die krieg ich so, wie das aussieht. Hast dein Dach dicht bekommen? Ja. Und meine Treppe habe ich relativ gut verarbeitet. Und somit habe ich jetzt... Ach, das ist eigentlich Unsinn, was ich hier mache. Das ist eigentlich Unsinn. So, machen wir mal anders. Könnte ich vielleicht... Machen wir für den Steine wieder dazu. Schade, dass man die Sachen nicht mehr zerlegen kann, ne? Kannst du... Die Wände kannst du zerlegen. Wenn die gesetzt sind, kannst du zerlegen. Ja, ja, aber ich meine, Inventar, die Sachen. Wenn du sie Inventar hast. Ja, Twitch hat ein Update gehabt, genau. Sieht jetzt ein bisschen schicker an, die... Aus die Anzeige, ne? So, ähm... Habe ich jetzt den Schrein zerlegt? Das war eigentlich nicht der Plan. Das war ganz und gar nicht der Plan. Egal. Machen wir gleich neu. Alles gut. Noch ein Schild, okay. Dann eigentlich nur abbauen. Na guck mal, ich hatte noch... Elemente nach drin. Naja, gut. Oh, ich habe fast alles zerlegt, ne? Aus Versehen. Und hier habe ich noch sowas. Ach, wann bist du das nicht? So, wir sind noch komplett überladen. Ah, ist... Massen wir erstmal Stöcke weg. Erstmal nur Not getrunken, ja? Warum bin ich denn überladen? Ach so, die eine Statue habe ich hier noch drin. Ja, okay. So, alles schön und gut. Dann nimm doch so... Ach, hinten an der Brücke meinst du? Dann muss ich da mal gucken, später. Was ist denn da? Ah, wegen der Aufgabe mit den Leuten reden. Hinten an der großen Startuhr. Da kann man theoretisch mit den Leuten reden. Mhm. Ich gehe jetzt aber erstmal hier... Gucken, ob ich hier irgendwo... Vernünftiges Material finde. Oder muss ich mal... Kicken, du kannst es benutzen. Wen kannst du benutzen? Diese Advera-Pflanze. Ja, mit der machst du doch die Tränke. Ja, ja, aber du kannst ja auch sie so essen. Ja, dann guten Hunger. Und mitgemacht, du kannst doch die Bären essen, hink gesehen. Äh, danke. Fleisch ist mir da lieber. Ich muss jetzt mal ordentlich Zwirn machen. Ach, ich hab's schon wieder hochgelevelt, seh ich grad, ne? Wird er gar nicht mitbekommen. Liegel-Fundamente, okay. Auf Stärke? Ne, wir gehen jetzt erstmal... Wir machen erstmal Beweglichkeit fertig. Dann hab ich überall Grundwert von 1. Das ist okay. Ja, Faser brauche ich für Zwirn. Brauche ich nur für Zwirn. Für mir brauche ich das nicht. Alles gut. Ah, da ist nix interessantes. Einfache Lugentür. Leiter, einfache Leiter. Holzleiter. Aufzug. Nichts im Nachts. Biese, einfach Palisade. So, komm, haben wir schon mal hier ein bisschen Zwirn. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. 160 Zwirn. Nehmen wir das Eisen hier noch mit, was hier liegt. Hier kannst du upgrade'n. Schon wieder überladen. Kleine machen. Ist hier die Dekokram? Ja, weiß ich, weiß ich. Bin ja schon Level 27. Bei, was haben wir jetzt, äh, ein bisschen sechs, sieben Spielstunden haben wir bisher reingesteckt. Ja. Aber ich komme ganz gut voran dafür, dass ich es halt, ähm, nur mal angespielt habe, ist das okay, denke ich. Keine Ausdauer mehr, ja, ist klar. Komm, fressen wir mal die ganzen Käfer weg hier, die stören mich. Auch wenn ich gerade keinen Hunger habe. Ich denke, du fressst keine Käfer. Ja, die hatte ich gerade im Inventar, die haben mich tierisch gestört im Inventar. Du hast Lederteppiche gemacht, ne? Sag ich dir nicht. Hm. Ja, du musst mal gucken, welche Maschinen du aufstellen willst. Das ist erstmal wichtig. Na ja, was du auf jeden Fall brauchst, ist der Schmiede. Also der, der Ofen brauchst du und der, der, äh, die Werkbank der Schmiede, das auf jeden Fall. Dann brauchst du einen Gerbertisch. Den hast du mir doch schon nicht gegeben. Ne. Den Gerbertisch habe ich dir nicht gegeben, glaube ich. Den Gerber hast du mir gegeben. Den Gerber, dann brauchst du den Gerbertisch. Dann brauchst du die normale Werkbank. Dann zieht die Zimmermannswerkbank und die Werkbank Rüstungsmacher auf jeden Fall. Zimmermann. Also ein bisschen eigentlich schon freigeschalten. Ja, ich glaube rein theoretisch, muss ich so die meisten, die meisten Sachen machen können. Ähm. Ja, ich bin ja mal mit meinen Punkten vergeben so, ja. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Punkte aufgespart, weil ich nicht weiß, ähm, wie ich sie vergeben soll, auf gut Deutsch. Lässt sich bestimmt später noch was finden. Geh ich mal von aus. Große Truhe. Geschirrschrank. Ja, große Truhe habe ich auch schon. Was machst du denn schon wieder? Steine kloppen? Landt. Ja, ja, ich brauche Steine. Ne, Bauern wollte ich nicht werden. Auf Bauern hatte ich kein Bock. Da nehme ich vom Fleisch, nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Läuberung? Ja, ist noch okay. Oder bist du unrein? Nö, nicht das. Ja, man weiß es nicht so recht, ne? Ach, Herr Krausen, das kennen Sie mir doch privat fragen und nicht, äh, bei Twitch, also. Ja, da müssen Sie doch mal gucken, wie es in Ihrer... Im Laufe der Zeit füllt sich die Säuberungsanzeige. Äh, Spahn- und Säuberung-Aktionen wie Bauen, Töten, Fertigen, Beschleunigen, das Füllen der Anzeige. Ja. Auf jeden Fall zum Thema Säuberung. Äh, was... Ach, 360 Stein brauche ich, ne? Ich habe nur 260 geholt. Machen wir die 360 fertig. Ja, hör mal, das ist denen doch Latte gewesen damals. Ich verzeihe dir. Ach so, ja dann. Dann baue ich jetzt den Schrein wieder neu auf, so wie ich das geplant hatte eigentlich. Merkwann, Rüstung mache? Habe Rüstungsmacher noch nicht gemacht. Das weiß ich, ne? Das sind ja meine ernsten Krams. Kann ich dir nicht sagen, Herkulejsche. Hm, irgendwie. Tädädädä. Oh, war schön, um die Götter anzubeten, ne? So, das sollten wir gleich fertig haben. Dann gehen wir mal das neue Schwert gleich ausprobieren, würde ich sagen. Haha. Ich bin aber nicht so weit draußen. Ich möchte den eigentlich... Verlagerung mit anderen Gebäuden. Dann muss ich den hier quasi neben mich stellen, ne? Dann kann ich jetzt das Zeug drinnen holen. Gut Fundamente, ein rechteckiger Fundament aus Werk. Aha. Also, er kriegt Treibgut. Aha. Ja, wir müssen sowieso hier, ähm... Das Gebäude wird sowieso irgendwann anders. Ich weiß aber gar nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Zerlegen, zurück ins Inventar. Eigentlich will ich ja keine leibeigenere Waffen. Das ist natürlich, jeder braucht einen Sklaven. Münzgussform, okay. Ich muss eine eigene, eigene Kohle herstellen. Der hat aber auch eines da dritts. Der eine ist nicht ganz gerade geworden, da hinten, ne? Tiere sammeln, ne? Der sieht besser aus, aber der ist nicht gerade. Das geht so nicht. Das geht so ganz und gar nicht besser. Ja, so sieht das doch schon ganz cool aus. So, dann setzen wir aber noch ein. Setzen wir das da vor. Ich glaube, das sieht nicht aus, ne? Ah, doch, geht. Großer Gott des Feuers. Achso, nee, das habe ich gar nicht des Feuers, ne? Ich trock, trockne. Spezielle trockenregal. Götter von Ymir. Die Götter von Ymir. Dolch oder Hammer? Ja, der Hammer ist aber langsamer, ne? Der macht mir Schaden, ist aber langsamer. Und ich mag es gerne, wenn es halt wirklich relativ schnell geht. Das ist so eher mein Ding. Restmaterial kann ich jetzt eigentlich erstmal wieder wegbringen, ne? Dü-dü-dü-dü- Das können wir rein. Das sind Dings. Keule nehmen wir mal mit. Federn können da nicht rein. Baumaterialien. Also Stein, Zwirn, Holz. Das und das. Also können wir hinten reinwerfen. Das kriegt der Kollege. Was musst du noch repariert haben, Herr Kollege? Ähm, eigentlich mein Schwert, meine Wichel. Nein, dein Schwert reparieren wir nicht. Da kriegst du jetzt was anderes für. Ähm, meine Eisenpicke und Eisenachst. So, weitere Fragen? Ah, hätte ich doch nicht gefragt. Ah, hätte ich doch nicht gefragt. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.